Musik 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 Das sexy Tyler man Das sieht verdammt groß aus Kommt er Musik Hat aber viel gebraucht bis man durchstorben ist Hat ziemlich viel gebraucht Na der Typ ne Western? Ne ich oder? Der verdammte Makarov Das ist auch ne Möglichkeit Das ist auch ne Möglichkeit Dann schnell die Sparche Rufen Dann ist es easy peasy Mit Alt und S kannst du dich Wie soll ich sagen Stufenweise Die Tür einstellen Schau mal da oben Ich bin nicht dass er tot ist Die Waffe ist so ne Zwiegespalten Waffe Wie ich gehört habe Teilweise mögen sie die Leute Teilweise nicht Das verstehe ich auch wieso Wo ist einer? Das ist alles geil dass man kein Damage macht Ich habe hier so viel Was ist der Typ hin? Was ist der Typ hin? Weiß nicht das Teil 10 Maus noch hat Ja echt jetzt? Stimmt Cool. Wieder ausgel... Ah, 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 ah. Na, ich habe beide erwischt. Schön. Was haben die gegen meinen linken Arm? Das ist immer... Das ist immer der, der da leiden muss. Grace for left arm. Ich habe den Balls in. Was ist ein bot ich glaube so ein botter hier das teil geöffnet hat ich glaube ich mag das Scope nicht so für die Waffe ich glaube das Holosight ist nicht so ist nicht so das A und Duo für das teil Oh! Oh! Fuck! Oh! Ich bin die Beine, bin ich ziemlich empfindig Schauen wir mal rein wer weiß vielleicht nicht in M4, das wäre geil M4 habe ich auch schon noch nicht mehr gespielt Ich bin nicht fast nur mit der AK, weil die AK ist einfach günstiger Die AK ist so viel günstiger und wenn du verlierst du hast im Endeffekt nur eine AK Und du kannst die AK so gut modden, dass es eigentlich eine M4 ist Wenn nicht besser, weil du noch mehr Varianten von Scopes hast Ich habe hier nicht nur ein anderer beschossen, aber das ist der eine, den ich hier gefüllt habe Muss auch sein Ich finde vielleicht, ich glaube ein Hedg... Ich glaube ein Hedgling lebt aber glaube ich noch Ja, ich auch In fast jedem Game Ja, kommt drauf an! Kommt drauf an! Es ist ein Game und Waffe drauf an! Also jetzt zum Beispiel... Alles tot! Hä? Was? Oh! Äh, in... MW2 Mag ich die M16 richtig gerne Anders als mit Red Dot, aber anders als mit Holo Weil das Holo ist ja so klein, das ist nicht so groß Da mag ich das ziemlich deftig So... Schauen wir mal Aber ich weiß nicht, was ich von der Waffe halten soll Ehrlich gesagt Es ist so... Mh... 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 Schauen wir mal auf den Spawn Wo wir denn jetzt schönes spawnen? Boah, das Scope ist Cancer auf der Waffe Boah, das Scope ist Cancer auf der Waffe Mh... 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 Es ist so schön War kein Scope Moment, ich lese gleich, dass du dir geschrieben hast darfst ich ein bisschen clearen Die weste ja auf jeden fall da bist du ein richtiger tank man Da ist ein richtiger tank Du merkst wahrscheinlich schon einen Unterschied wenn du nur eine normale Rüstung anhast Merkst du einen Unterschied schon gewaltig Aber mit einer Fortressrüstung, also das ist so krass Hat mich erwischt Jo Am Das Schwein Ich mach meistens so, dass ich erstmal die ganze Factory cleare, bevor ich anfange zu looten Weil ja, du weißt nie, auf einmal rennt es wieder in die Spieler rein Im vorigen Patch in der Alpha noch, da hattest du so viele Fortressrüstungen, weil da konnten die Bots auch mit den Dingern spawnen Achso, oder war es ziemlich häufig, dass die mit dem Dingern spawnen, sagen wir es so Jetzt spawnen die fast nicht mehr Aber ich glaube, die spawnen gar nicht mehr mit der Fortressrüstung Ab und zu, wenn du Glück hast, da haben wir noch einen Helm Äh, nicht wirklich viel Achso, ja, das ist kacke Aber die Christi sind aber das beste Medikil, das du haben kannst Weil die heilen auch Brüche und da das, da musst du nicht extra noch Splints mitnehmen, die ganze Scheiße Dann schreien die schon wieder Super blit, dabei, dabei Ja, ich hatte da auch zu viel, ich weiß gar nicht wie viel das ich hatte Du kannst, genau, wenn du den Peacekeeper auf Max Levelern hast Kannst du da einen Beta-Container kaufen, der ist ein bisschen größer Wo war das jetzt ein Schuss? Also es war ein Schuss, aber Wo? War irgendwo hier hinten, nicht? Ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich weiß nicht Wow Nischlech, nischlech Shit Shit che Ha Ich rufe Ne Max Level aus Max Level Max Level ist auch never level 3 Level 4 ist Max Level Sobald er einen Krone neben dem Bild hat Das Spiel ist perfekt. Ich kann ihn nur schießen. Hier kannst du ja zack, zack, zack. Was sollt ihr haben willst? Ich will das jetzt nicht. Deswegen stellen wir uns immer auf Vollauto. Ich habe eine AK gehört. Das könnte interessant werden. Das habe ich übrigens geplant. Ja, das habe ich geplant. Ja. Wohoho. Irgendwann habe ich das Teil doch. Ich war das Teil anfangs nicht. Aber jetzt gefällt es mir immer mehr. Muss ich sagen. Alleine ist einer. Was? Da war ich mal Käse oder so? My cheese? Habe ich Gerater? Habe ich nicht. No Grenades. Man sieht aus, es bringt ziemlich viel. Bringt schon etwas. Das Teil ist nicht unnötig. Das ist nicht nur nochmal großartig. Ich werde mich gar nichtchitzen. Ich werde mich unter Lieutenantpetto. Ich werde mich überwiegend dann auf dem Schlag. Im Gegensatz zu Kaunos Reich zieht man hier immer auf die Beine, falls die Rüstung anhaben. Das hat der jetzt nicht. Oh, hey, man weiß noch nie. Das ist blind. Das war ein. Hab ich ihn? Ja. Pistolen. Massenhaft Pistolen zum Verkaufen. Wer hätte gerne eine Pistole? Jetzt im Sonderangebot. Zwei für eine. Zwei für eine. Zwei für eine. Ist alles so ruhig. Ich mag das nicht. Wenn es ruhig ist, dann hörst du nicht mal auf dich zu konzentrieren. Oder weiß ich, ich passe nicht mehr so auf. Weil längst ist so alles clear und ruhig. Und dann auf eurer Barat, bist du tot. So schnell kann es gehen. Ich weiß nicht, ich mag diesen Ausgang. Der ist so total versteckt. Fast keiner weiß davon. Ich wusste selbst lange nicht, dass der hier existiert. Der ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Sieht man so selten, dass er benutzt wird. Auf jeden Fall ein tolles Teil, muss ich sagen. Hat mich überzeugt. Hat mich überzeugt. auf jeden Fall einacağ Ich glaube, es sollt. Untertitelung des ZDF, 2020